Ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen, und zwar wie ich es geschafft habe von einem Punkt, wo ich mich wegen meiner Ängste nicht mal mehr aus meinem Haus getraut habe, zu einem Punkt zu kommen, wo ich aus einem Flugzeug aus 4000 Meter Höhe gesprungen bin. Und warum mache ich das Video? Ganz einfach, ich bekomme hier im Kommentarbereich immer wieder die Frage, hey, was kann ich tun, wenn ich Angst vor einem Unfall habe, beim Autofahren beispielsweise, oder wenn ich ständig mehr Angst und Sorgen mache über Liebsten, dass etwas passieren könnte, und wie kann ich mit dem umgehen? Und dazu möchte ich dir eben genau diese Geschichte erzählen, wie ich aus einem Flugzeug gesprungen bin, aus über 4000 Metern Höhe. Und für viele, die öfter Fallschirmspringen sagen, es ist ja gar nicht so wild, für mich war es eine der größten Herausforderungen meines Lebens, weil noch ein paar Jahre früher ich mich nicht mehr mehr aus meinem Haus getraut habe. Ich war gefangen in diesen Ängsten, in der Panik. Ich hatte am Tag 10, 15, manchmal 20 Panikertagen. Das heißt, mein ganzes Leben lang, mein ganzes Leben war bestimmt von der Angst. Ich war völlig gefangen in der Angst. Und jeder, der meine Geschichte kennt, weiß dann, wie ich dort Stück für Stück rausgefunden habe. Aber ich möchte es ja in diesem Beispiel des Fallschirmspringen erklären, auf was es in der Essenz ankommt, damit wir diese Ängste loslassen können. Weil es sind prinzipiell zwei Komponenten, zwei Komponenten, die du verstehen musst. Und ich möchte noch eine dritte, ultimative Komponente aufmachen, die meines Erachtens jeder hören muss. Also, die zwei wichtigsten Komponenten kommen gleich in der Geschichte. Und die dritte Komponente möchte ich dir am Ende noch des Videos mitgeben. Weil es etwas ist, das unglaublich lebensbereichernd ist und gleichzeitig uns auch enorm von Ängsten befreien kann. Also, was ist die Story? Ein guter Freund hatte Geburtstag und er hat gesagt, sein Traum ist es, seine Freunde zum Fallschirmspringen einzuladen. Und das war schon so circa fünf Jahre nach der wirklich harten Zeit. Ich hatte dort nur noch ganz, ganz selten Panikattacken. Ich hatte immer noch sehr viele Ängste, vor allem subtile Ängste. Aber ich konnte schon viel besser damit umgehen. Und ich habe gesagt, hey, ich mache das. Und ich habe schon gemerkt, ein paar Tage vorher, wie mein Kopf angefangen hat, über diesen Fallschirmsprung nachzudenken. Von, oh fuck, ich springe hier aus 4000 Meter Höhe. Gefühlt ins Nichts, in den freien Fall, in so einem alten Flugzeug fliege ich hoch. Und wer weiß, ob ich meinem Tandempartner dort vertrauen kann. Wer weiß, was das für ein Typ ist. Und all diese Gedanken, und das ist jetzt schon die erste wichtige Komponente, darum habe ich sie so ganz bewusst aufgezählt, dürfen wir bewusst wahrnehmen. Weil das ist schon der erste Schritt, dass wir uns in diese Ängste hineinsteigen. Denn die meisten Ängste in unserem Leben kreieren wir in unserem Kopf. Sie sind nicht dort draußen, sie sind in unserem Kopf. Wenn auch, ich natürlich aus dem Flugzeug springe und die physische Angst, wahrscheinlich werde ich dir gleich erzählen, wie ich damit umgegangen bin. Real ist, quasi vier Tage davor, fünf Tage in der Woche davor nicht real. Sie war quasi nur in meinem Kopf. Und sei mal ehrlich zu dir, wie oft liegst du zu Hause im Bett und grübelst über Dinge nach? Machst du dir Sorgen, die nicht mal eingetreten sind? Und was ich in diesem Moment nicht mehr gemacht habe, ich habe gesagt, ach spannend, jetzt produziert mein Gehirn schon Angstgedanken. Anstatt auf den Inhalt der Gedanken einzusteigen, habe ich die Gedanken einfach als Gedanken erkannt. Das heißt, ich habe erkannt, ah, mein Geist fängt gerade an, über ein Szenario nachzudenken. Aber ich habe diese Gedanken nicht ernst genommen. Kennst du den Unterschied? Kennst du den Unterschied von, da ist mal so ein flüchtiger Gedanke, wo man denkt, ach so ein Blödsinn, was man gerade denkt, oder Gedanken, wo man sich völlig hineinsteigert. Und ich, durch meine Meditationspraxis, durch die 18-Perz-Praxis, oder ich kann dir auch ein Video hier empfehlen, wo ich dir ganz genau erkläre, was Gedanken sind, ich verlinke es dir in der Infobox. Weil das ist wichtig zu verstehen. Konnte ich quasi schon erkennen, dass mein Geist diese Angstgedanken produziert. Und das Geile war, beim Fallschirmspringen, ich habe mich natürlich auch davor belesen, weil ich in dieser Zeit schon junger Papa war, habe ich damals belesen und dort hieß es, Fallschirmspringen ist sicherer wie Autofahren, sicherer wie alles andere. Das heißt, es passiert super, super selten etwas. Das heißt, kognitiv, geistig, habe ich schon verstanden. Genauso wie die Leute verstehen, dass Fliegen sicher ist, aber trotzdem enorm viele Menschen Angst vor Fliegen haben und Autofahren trotzdem auch relativ sicher ist, obwohl viele Leute Angst davor haben. Das heißt, wir haben eine Angst vor etwas, das relativ sicher ist, viel sicherer als die meisten Dinge, die wir in unserem Leben tun. Gleichzeitig ist es natürlich etwas, wo unser Gehirn Gedanken kreiert, Szenarien kreiert, die uns dann Ängste machen. Das heißt, wir dürfen verstehen, dass die Situation erstmal ist, wie die Situation ist. Ist eine wirkliche Gefahrensituation da? Ist es auch völlig legitim, sich darüber Gedanken zu machen und Lösungen zu finden? Aber meistens ist er nicht wirklich eine reelle, direkte Gefahrensituation da, die wir vermeiden sollen, sondern unser Gehirn kreiert diese Gefahrensituation. Und wenn du dort diesen Schritt zurücktrittst und siehst, ah, mein Geist kreiert das. Und anstatt dich nicht in den Inhalt zu identifizieren, sondern sagen, ah, spannend, diese Gedanken gedenkt mein Hirn, ah, interessant, ich lasse sie wieder gehen. Und wenn sie wiederkommen, ah, interessant, diese Gedanken, und lasse sie wieder gehen. Und das ist so eine wundervolle Praxis, wie wir uns loslösen von diesen Gedanken. Und das hilft uns nicht nur bei Ängsten, sondern so oft hängen wir in diesen negativen Gedanken. Und wenn wir dort Distanz gewinnen, wenn wir Gedanken erkennen als das, was sie sind, nämlich nur innere Töne, dann können wir uns davon lösen. Das heißt, das war meine erste Praxis. Und dann kam der Tag, wo es losging. Ich wurde vom Auto ab, mit dem Auto abgeholt. Das heißt, wir sind hingefahren und ich habe schon gemerkt, okay, ich bin jetzt richtig aufgeregt. Aber es war tatsächlich in diesem Moment, keine Angst da. Und durch die Tage davor, wo ich schon so mit meinen Gedanken umgegangen bin, wusste mein Geist schon, okay, hier ist etwas anders. Er hat schon nicht mehr mit diesen katastrophalisierenden Gedanken Angebote gebracht, weil ich schon die Tage vorher damit gearbeitet habe. Und dann fahren wir zum Flugplatz hin und dann merke ich, wie mein Geist wieder loslegt von, oh Gott, welchen Tandempartner habe ich? Und nicht, ah, spannend, dieser Gedanke. Ich sehe den Vollschirm. Oh Gott, das sind nur so dünne Seile und das ist ja nur ein Schirm. Ah, spannend, wieder so ein Gedanke. Das heißt, ich war ganz wach und ganz präsent und das ist auch das, wozu ich dich einlade, wirklich dort Gedankenhygiene zu betreiben. Wirklich wie so ein Detektiv. So ein Detektiv. Was für ein Gedanke kommt in meinen Kopf? Und es gibt im Buddhismus so ein Sinnbild von einem Krieger, der mit einem gespannten Bogen vor einem Meditierenden sitzt und der gespannte Bogen und der Krieger soll versinnbildlich die Wachheit des Meditierenden, dass er keinen Gedanke unbewusst denkt, dass er jeden Gedanken bewusst wahrnimmt. Und das ist eine große Einladung. Und glaub mir, das befreit dich nicht nur von Ängsten, sondern es beflügelt auch dein Leben im anderen Bereich, weil du dann anfangen kannst, Gedanken bewusst einzusetzen, anstatt unbewusst von dem Strom der Gedanken, die wir in unserem Kopf erleben, mitgetragen zu werden. So, und jetzt kommt noch eine zweite Komponente, die ich auch unbedingt erwähnen möchte und die möchte ich auch in der Geschichte erzählen. Denn nach einem ein, zwei Stunden Warten ging es dann so weit, wir wurden angezogen, wir bekamen diesen Helm und diese lustige Brille, die wir aufhaben mussten. Und mit dem ganzen Anziehzeug sind wir dann in diesen klapprigen alten Flieger gestiegen, wo wir uns irgendwo auf den Metallbogen gesetzt haben. Und ich habe wirklich jede Sekunde beobachtet, was für ein Gedanke kommt, was für eine Emotion kommt. Und dort habe ich das erste Mal gemerkt, wie die Angstemotionen in meinem Körper kommen. Denn oft ist es so, dass Gedankenemotionen gleich auslösen oder manchmal auch erst subtil später. Und dort, wie gehen wir damit um? Und dort ist der Schlüssel, die friedvolle Annahme der Emotionen. Das heißt, ich habe denen erlaubt zu sein, ich habe mir erlaubt, diese Angst in meinem Körper zu fühlen, diese Unruhe, diese Anspannung, diese Aufgeregtheit, anstatt dagegen zu kämpfen, anstatt dagegen wegzulaufen. Das war meine Reaktion immer damals. Ich bin immer von den Ängsten weggelaufen. Und wir dürfen hier auch verstehen, die Emotion Angst per se ist eine Emotion, die uns dazu bringen will, soll wegzulaufen. Das ist evolutionär dafür gedacht. Und natürlich ist es völlig logisch, dass mein limbisches System, meine Amygdala, diesen Hormoncocktail Angst in meinem Körper schießt, wenn ich weiß, ich springe aus einem 4000 Meter hohen Flugzeug. Der Körper sagt weglaufen. Das Stammhirn und das limbische System, was nicht dem bewussten Denken unterworfen ist, weil das ist nur der präfrontale Kortex, der will dort weglaufen. Und so oft wollen wir in unserem Leben einfach weglaufen, stellen uns nicht in Herausforderungen, ergeben uns unsere Ängste. Und das hat bei mir damals, diese vielen Jahre davor, dazu geführt, dass mein Lebensbereich immer kleiner wurde, dass ich für immer mehr Dinge in Angst bekam. Und in diesem Moment wusste mein präfrontaler Kortex, es ist sicher und ich erlaube jetzt der Mögi, den kleinen Teil im Gehirn, der vor allem für dieses Angst erledigen zuständig ist, die Amygdala, ich erlaube jetzt, dass die Angst ausschüttert. Ich erlaube das meinem Körper. Die Emotion, das wusste ich aus dem Psychologiestudium, aus den tausenden Panikern davon, ist eine sichere Emotion. Es ist scheiß unangenehm, ja, aber es ist nur eine Emotion. Sondern es ist nur eine Emotion. Du kannst sie kommen und gehen lassen. Und genau so habe ich sie behandelt. Und dann geht der Propeller an und dieses alte Flugzeug rattert langsam los. Es war ruppig nicht so schön wie beim Passagierflugzeug. Sondern wirklich, alles hat gewackelt, alles hat gequietscht. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, wieder Gedankenangebot. Bewusst wahrgenommen. Und dann steigen wir hoch und die Aufregung wird stärker. Und dann blicke ich irgendwann mal aus dem Fenster und sehe, wir sind schon auf 2000 Meter. Ich wusste nicht, wie hoch wir sind. Aber alles wurde schon richtig klein. Und das war der eine Moment, wo ich mal kurz, ich würde es mal sagen, die Kontrolle verloren habe. Wo ein Angstgedanke kommt, oh Gott, ich springe jetzt runter. Und sofort diese Emotion in meinen Körper geschossen ist. Und diese Emotion wieder in den Gedanken erzeugt davon, ich will dort weg, ich will dort raus. Und es hat ungefähr 10 Sekunden gedauert, bis ich wieder gemerkt habe, ah, jetzt, spannend, jetzt ist gerade diese Psychodynamik aktiv, wo Gedanken Emotionen erzeugen und Emotionen Gedanken. Wie bin ich dort ausgestiegen? Ich habe dir erlaubt, dass die Emotion jetzt da sein darf. Und durch das Erkennen der Psychodynamik habe ich den Geist berührt. Okay, das darf jetzt passieren. Ich werde das, was jetzt hier passiert, völlig bewusst erleben. Und dann war es soweit, wir waren, wir haben einen ziemlich hohen Sprung gemacht, wir waren, glaube ich, auf 4000 Meter Höhe, Tandempartner hinten dran. Und dann geht es an die Tür und wir springen raus, eher mit einem Salto in den freien Fall. Und die Angst wurde in dem Moment zu einem Rausch und ich falle dort runter und es war still in meinem Körper. Und ich habe mir vorgenommen, vorher, durch das Erleben der Ängste, durch all diese Dinge, alles bewusst zu erfahren und dadurch war das so ein unglaublich wacher, intensiver, atemberaubende Momente in meinem Leben. Und ich wusste, er war vor allem so atemberaubend, weil ich schon davor bewusst mit allem anderen umgegangen bin. Und dann fliege ich dort im freien Fall den Erdbooten entgegen und eine spannende Sache kam dann in meinem Kopf. Wenn ich so sterbe, sterbe ich eben so. Aber aus nicht so einer Schwere heraus, sondern aus einem völligen Frieden. Und das war auch ganz spannend und darüber möchte ich dann auch gleich noch sprechen. Und wir landen dann und die ganzen Hormoncocktail, das Adrenalin, das Cortisol und alles im Körper spielt natürlich dann in diesem Moment verrückt und es war ein großes, großes, großes Fest im Körper und natürlich dann mit meinen Freunden. Und für mich war es ein Moment, wo ich dann auch unglaublich stolz auf mich war. Denn noch ein paar Jahre zuvor habe ich mich kaum mehr aus dem Haus getraut, geschweige denn, aus einem Flugzeug zu springen. Früher hatte ich schon 50 Panikattacken auf dem Weg zum Flughafen gehabt. Und das war eine großartige Erfahrung. Und ich möchte, und dazu lade ich jeden ein, ganz bewusst mit seinen Gedanken umzugehen und ganz bewusst einfach den Emotionen erlauben zu sein. Dadurch lernt deine Amygdala im Gehirn, das nächste Mal in solchen Situationen entspannter zu reagieren. Und vor allem, wenn du dir deine Gedanken so bewusst bist, hören auch diese subtilen Sorgen mit der Zeit auf. und das ist eine Praxis, die du konsequent gehen musst. Denk an den Krieger mit dem Pfeil und dem Bogen in der Hand, der vor dem Meditierenden sitzt und jeden Gedanken erschießen will, sozusagen. Und vor allem möchte ich hier auch noch eine Sache einladen. Denn was mein Leben und das ist jetzt diese dritte Sache, die ich eben erwähnt habe, unglaublich bereichert hat, ist, dass ich mich mit der Vergänglichkeit auseinandergesetzt habe. Es ist etwas, das wir uns alle nicht stellen wollen, wo wir alle weglaufen davor oder es verdrängen, weil es etwas Unangenehmes scheint. Aber Vergänglichkeit, einen unglaublichen Schatz im Leben. Wenn wir uns bewusst werden, dass alles vergeht, wir, unsere Liebsten, fangen wir an, wieder diese Dinge, die wir jetzt in diesem Moment machen, die wir jetzt in diesem Moment teilen, den Moment, wo ich jetzt mit dir habe, ganz bewusst zu erleben und erleben dem vollen Herzens und stecken dort all unsere Menschlichkeit, all unsere Liebe hinein und leben ein wirklich aufrichtiges Leben, weil wir wissen, es ist nicht für ewig. Würde das Leben für ewig gehen, wäre wir nie hier im Moment, weil wir ständig irgendwas anderes machen, würden irgendwo hinhetzen, irgendwo hinwollen. Die Vergänglichkeit ist die wunderschönste Erinnerung ins Leben. Und das ist für mich auch immer zu sagen, okay, ja, am Ende des Tages kann immer alles passieren. Am Ende des Tages ist das Leben vergänglich und ich darf Frieden finden. Und das ist ein ganz eigener Prozess, der dieses Video sprengen würde. Aber das ist so ein Ausblick für dich, wo man sagt, es ist etwas unglaublich lebendbereichendes. In meinem neuen Buch, das jetzt im September erscheinen wird, habe ich ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, das heißt Achtsamkeit statt Angst, wo man dann lernt, dort auch Frieden zu finden. Ich bedanke mich, dass du hier bist. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Geschichte und diesen kleinen Teachings da ein Stückchen weiterhelfen. Ich habe auch etwas ganz Verspannendes dafür. Wir hatten einen ganz speziellen, ja, Kurs gemacht für Menschen, die gerade Panikattacken, die diese Herausforderung haben. Falls du da bist, der Link ist direkt hier in der Beschreibung, würde ich dich einladen. Schau einfach mal vorbei, weil ich genau für diese, ich kenne das aus meinem Leben, ich weiß, wie man sich dort befreien kann und da gibt es so ganz wenige Dinge, die wir nur verstehen müssen und integrieren müssen. Dann können wir diesen enormen Palast ablassen. Das heißt, das findest du hier und dann wünsche ich dir einen wundervollen Moment. Dein Peter